Deine freundlichen Worte bedeuten eine nahe anstehende Person sehr viel. Das sagt heute mein Glückskeks und da will ich nochmal ganz freundlich heute sein, oder? Hallo! Hallo! Willkommen zurück zu Warhammer! Warhammer Endtimes Wurm und Tide, wir gehen zurück ins Gemetzel! Ja, ich muss mich wirklich hier mal an der Stelle entschuldigen für meine Abwesenheit. So ist das, wenn man sieben Tage Spätschicht hat. Und ich hoffe einfach auch Verständnis. Ich meine, ich habe ja zumindest Hearthstone ein bisschen dazwischen geschaltet, dass wir wenigstens etwas haben. Aber auch das kam leider einen Tag zu spät mit der Begründung, dass ich für eine Folge zweieinhalb Stunden rendern musste. Wir haben im Moment ein paar Probleme mit unseren Programmen. Aber jetzt kann es weitergehen. Januar! Achso, wir sind immer noch beim ersten Spiel und wir haben am Freitag, also wir haben jetzt heute Samstag, und wenn die Folge kommt, haben wir Sonntag, also vorgestern. Vorgestern haben wir die neuen Januar-Kistenspiele bekommen. Ja! Und werden diese natürlich auch jetzt in den nächsten Wochen dann spielen und uns angucken. Und ich glaube, da ist so das ein oder andere interessante Spiel dabei. So! Weißt du, was ich mich damals bei Glückskeksen gefragt habe? Okay, ist aber schon länger her. Ob die Zettel mitgebacken werden? Ja! Okay! Übers Reich! Wir haben zuletzt... Also wir hatten einfache Missionen hinter uns. Horn des Magnus war die erste. Dann Angebot Nachfrage. Hineingeschmuggelt. Und das letzte war der Magiaturm. Auf Mittel. Haben wir auf Normal. Auf Normal, ja. Ähm, ich bin dafür, dass wir die Schwierigkeiten wieder auf Leicht nehmen, weil wir, ich glaube, weil ich sehr oft gestorben bin. Äh, ja, wir können gerne wieder auf Leicht stellen, wenn du das möchtest. Ich hab halt gedacht, so es darf und ich bin ja sowieso gierig, aber hey, komm Leute. Wir machen jetzt... Dann spielen wir die nächste Quest namens Schwarzpulver auf Einfach. Ja, wenigstens zum Reinkommen, würde ich mal behaupten. So, äh. Trei, zwei, eins. Und ich hoffe, ich hoffe, ihr merkt wieder einen qualitativen, äh, Unterschied im Gegensatz zu den vorigen Folgen. Ich gehe auf die Brücke auf dem Riefer Teufel. Alicia hat eine Notion, dass es da drin ist, dass es da drin ist. Also, wir sollen unter die Brücke... ...Schießpulver besorgen. Fässer voller Scherpulver. Ähm, genau, was ich sagen wollte. Ich hoffe, die Qualität des Bildes ist besser. Ich hab jetzt mal ein anderes Aufnahmeprogramm genommen. Und, äh, momentan bewege ich mich zwischen 40 und 80 Frames. Also, das ist zumindest schon mal zwei bis viermal so viel wie unter Fraps. Es hat auf jeden Fall 80.000 Euro gekostet. Was? Das neue Aufnahmeprogramm. Achso, ja klar. Natürlich von YouTube Money, ja? Ja, sicher. Wie mein Porsche Cayenne draußen. Äh, wir haben wieder Markus Krüber und Carillion als unsere Begleiter bei uns. Mit denen hab ich übrigens richtig Freundschaft geschlossen. Also, ich mach mit denen jetzt auch privat ganz viel. Ich soll dir übrigens was ausrichten. Du sollst mehr zuhören. Weil Leuten ist aufgefallen, dass ich häufig sage, komm mal zurück, komm mal zurück. Und du läufst einfach immer weiter. Und dich interessiert das kein Stück, was hinter dir passiert. Da gab's nämlich Szenen, dass unsere Leute beide gefangen genommen wurden. Und du einfach weiter rennst, anstatt mir zu helfen. Weil sie fucking bots sind. Ja, aber sie gehören mit zum Gruppe und mit zum Spiel. Und wenn ich gefangen genommen werde, interessiert dich das auch nicht. Das bist halt dann du. Ja, ich weiß. Ich bin egoistisch, Leute. Ja, das merkt man auch einfach in den Momenten. Nee, ich bin wirklich im Leben egoistisch. Ich scheiß auf andere. So bin ich, ne? Ich mach mein Ding. Total. Hauptsache, da komm ich ans Ziel und so ist das. Zumindest kann man so beim Pen & Paper den Charakter spielen. Hier ist eine Truhe, direkt am Anfang. Heiltränke. Aber wozu brauchen wir denn jetzt schon Heiltränke? Die können wir doch sowieso nicht mitnehmen. Das ist manchmal ein bisschen komisch, ne? Ich hab schon gekämpft. Boah, das sieht aber schon geil aus. Muss ich mal sagen. Also das sieht schon geil aus. Achso, du bist am Kämpfen, ne? Ja, klar. Ich muss ja irgendwas in meiner Zeit machen. Aber das, das mit dem Licht und so, das hat schon was. So, ich nimm mal die Knarren raus. Da ist hier so ein... Der Typ nimmt aber einen gefangen, ja? Muss mal aufpassen. Hier ist noch eine Truhe. Verwandszeug. Brauchst du schon Verwandszeug? Ne, ne? Also, so scheiße bin ich dann auch wieder nicht. Hier ist auch wieder eine Kiste. Heiltrunk. Heiltrunk? Heiltrunk. Mein Heiltrunk. Ja. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal weiter. Noch mehr Verbandszeug, oha. Ich höre Stimmen von überall. Und ich bin nicht paranoid. Ist das nicht da... Ist das nicht geil? Ich bin nicht schizophren. Wer hat das gesagt? Hier ist wieder Heiltränke. Alter, was geht hier ab? Hebt ein Fass auf. Acht Fässer Schwarzpulver müssen wir sammeln. Oh mein Gott. Oh, das gibt wieder... Oh. Ich weiß, warum hier überall Heiltränke sind. Heiltränke. Erst Heiltrunk, jetzt Heiltrunk. Oh, Hit uns. Ich höre mein Gott, weil ich ja so egoistisch bin. Auch weißt du was, ihr müsst euch das die ganze Folge anhören, dass ich egoistisch bin. Okay, ich habe das erste Fass. Stellt ein Fass hier ab. Ich komme. Ich weiß, warum überall Heiltränke sind, weil es das im ganzen Gebiet verteilt wird. So, ein Fass darunter, okay. Nummer 1. Oha, oha. So, ach du auch noch. Ja, komm her. Zack. Hier ist auch noch was. Oh, was habe ich aufgesammelt? Ich habe irgendwas aufgesammelt. Ich glaube, ich habe einen Würfel. Hi. Besser Arm ab, als Arm dran. Ah ne, das war anders. Ah ne, das war genau so, oder? Ne, besser Arm dran, als Arm ab. So, wo ist denn hier noch ein Fass? Da oben. Wie kommen wir denn da rauf? Ja, ich bin doch gerade bei, mit dem Port dahin zu kommen. Aber mein Port ist halt ein Port. Der kann mir auch nicht helfen. So, gehen wir mal hier rauf. Hier kann man was durchschlagen. So. Der Weg ist frei. Dann fassen wir mich mit. Ich gehe oben rum. Schmeiß das mal runter. Oha, hier ist irgendein Gifttyp. Der Gifttyp ist tot. Ich gehe mal wieder runter zum Fass. Hilfe, Assassine auf mir. Assassine auf mir. Der ist egoistisch. Ich glaube, Karelia hat geholfen, oder? Der ist ein großer Typ. Sven, Sven, der ist ein großer Typ. Achso, das ist ein Kollege. Da oben ist noch ein Fass und da hinten ist ein Fass. Hallo? Hallo? Du bist hier egoistisch. Geil, warum? Weil hier ein großer Felder-Team ist. Achso. Ja, bei mir nicht. Ganz ehrlich, ich brauche eine scheiß Fass. Ja, ich bin noch da. Du läufst immer weiter weg. Warte, warte. Ich komme, ich komme. Peng, 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 peng. Oha, autsch, autsch. Komm her. Oh, Alter, hält der aus. Oh, wir haben ihn down. Oha. Jetzt ist es warum hier überall heiltringen ist. Weil das immer so, wie er meint, der ist nochmal so Fassen, die überall kommen. Railgun. Au, 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 au. Oh, leid, ich bin down. Da steht ein Railgun-Typ vor meiner Nase. Und schießt mich weg. Danke. Ich heil mich direkt mal. So. Ja, mach das. Ich geh zum nächsten Pass. Ich mach das rechts, okay? Äh, ich bin... Ich bin rechts. Ich glaube, ich bin links. Keine Ahnung. Cut, 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 cut. Hier wird nicht geschnitten. Und schon gar nicht auf deinem Kommando, du blöde Ratte. Wenn, dann, wenn wir das sagen. Ich glaube, das ist ein Assassine. Oh, ein Kollege von uns ist down. Ähm, ich will nicht sagen, aber ich bin nicht egoistisch, aber ich bin so weit weg. Unser anderer Kollege hat dem Kollegen geholfen. Da bist du fast verfahren. So, Munition ist knapp, egal. Wo soll ich das denn abstellen? Auf dem Schiff, das wird doch markiert. Also, ich wollte jetzt fast im Wasser schneiden. Schneiden? Schneiden. Ins Wasser schneiden. Hey, ist noch eine Kiste, aber leer. So, ich hol das nächste Pass hier. Boah, das Gebiet, das gefällt mir so mega gut. Das sieht so cool aus. Was ist das denn hier? Äh, was man getrillt hat. Hallo? 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 Wuh! Äh. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich bin auf dem Weg zu dir. Halt dich durch. Ich, ich habe nicht so gelaufen. So ein bisschen. Huh. Ich komme zu dir. Alles gut. Halt dich durch. Äh, ja, ich habe mir geholfen. Geht mir gut. Ich gehe zum Schiff und bringe das Fass weg. Äh, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie du da hingekommen bist oder wo du hingekommen bist. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Hä? Also, ich bin noch... Ich bin noch jetzt beim Schiff. Hä? Ja, ich bin jetzt beim Schiff und bringe jetzt gerade das Fass weg. So, zack. Nummer vier. Ah, hier vorne ist noch ein Fass. Fass. Komm her, du Fass. Zack. Nummer fünf. Das war ja einfach. Oh. Ich werde verfolgt. Ah. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Au. Ah. Ey. Ähm, ich habe ein fucking Problem. Äh. Shit. Das Fass ist in meiner Hand explodiert. Ich will nichts sagen, aber ich bin tot. Wo denn? Wo bist du denn? Ähm, ich bin ins Wasser gefallen. Oh, lol. Ja, das ist Mini-Life, würde ich sagen. Sprich ins Wasser. Oh, Leute, 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 Leute. Oha, ich bin auch gerade ins Wasser gefallen. Das ist mir auch gefallen. Hinter dir, neben dir. Hinter dir. Kannst du mir gerade zugucken, oder was? Ja, klar. Hey, da oben bist du. Warte, ich hole dich. Echt, bin ich denn da? Ich bin am Boden gefesselt. Ich kann mich nicht bewegen. So. Oh, Mann. Hier ist eine Kiste. Heiltränke. Warte, ich heil dich mal. Ich habe doch alles. Bist geheilt? Ich bin gar nicht geheilt. Ich weiß nicht, wem du geheilt hast, aber... Nicht mich. Jetzt bin ich geheilt. Wow. Oha. Hey, da oben ist ein Fass. Das hole ich mir. Nein, fick dich. Tschüss. Ich gehe. Was, 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 was. Oh, du hast ja nicht ernsthaft draufgeschossen jetzt. Oh, oh, sorry. Das war mir nicht bewusst. Im Ernst. Das, das war... Das war mir echt bewusst. Ihr zum Ernst, Leute, das war... Nein, das war mir nicht bewusst, dass wenn ich ein Feuer... Ja, 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 ja. Ich habe da gerade... Oha, Assassine. Okay. Dauern. Das ist doch auch nicht logisch, dass man, wenn man mit einem Feuer auf einem Schießfass draufschießt, dass man dann... Nein, überhaupt nicht. Wer kommt denn auf so eine Idee? So, da unten ist noch ein Fass hinter dir. Fünf von acht. Hä? Da hin. Da ist noch eine Kiste. Nein! Oh mein Gott, jetzt werde ich fast wieder ins Wasser geflogen. Leider leer, die Kiste. Oh, da kommen ein paar Ratten. Also irgendwie bekomme ich gerade von dem Kämpfen nicht so viel, wenn ich wünsche mir mehr raten. Ja, ist ein bisschen wenig, ne? Man kommt relativ einfach zu den Kisten wieder zurück. Die letzten beiden stehen nebeneinander. Ähm, aber... Was? Ich... Weißt du, was ich gerade vermisse? Irgendwie so geheim verstecke, wo Kisten mit Würfel drin sind. Ein Würfel habe ich, glaube ich, gefunden. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich suche gerade einfach nur ein bisschen die Gegend ab, da wo ich noch nicht war. Wo ich denke... Ja, ist ein bisschen, aber es sieht cool aus. Hier ist Munition. Der Hafen sieht trotzdem geil aus, muss ich sagen. Ja klar, ist es geil. Ich habe ja nicht gesagt, dass es ein Scheiße ist. Vor allem, das ist geil. Hallo? Wo guckst du hin? Ich bin hier oben. Ich komme gleich mal mit nach oben. Dann zeige ich das mal den Zuschauern. Das sieht echt cool aus. Oh, oh. Tröte. Ja, ja. Sollst du nur kommen. Da. Der Mond, den meinst du, ne? Oder den Klan... Ne, es müsste der Mond sein. Oha. Oha. Ja, komm. Jetzt muss ich irgendwie da raufkommen. Aber hier unten ist noch ein Fass. Ja, ich hole es gleich. Ich muss nur erstmal entladen. Weil bei mir da oben geht gerade die Party ab. Party hart? Party hart, aber... Das sage ich dir. Oh, die ist ja wirklich Party hart. Ja, ich mache das schon mit meinen... meinen... Magie. Das sieht echt voll geil aus. So, ich bin mal runter zur Kiste. Eins. Hinter dir. Na, komm. Geil. Ich treffe dich ein. So. Schon wieder von hinten. Ich gucke mal, ob ich in den Turm reinkomme. Und da irgendwas... Was ist das denn? Ich bin aus der Ammunition. Hallo. Ups. Ich bin leer. Ich bin leer. Leer geschossen. Da oben, wo ich gerade dir das gezeigt habe mit dem Mond, da gehst du... Ey. Du hast Munition. Hey, da ist irgendjemand. Da oben braucht man ja Hilfe. Nein, wie komme ich da hin? Ich komme auch gerade nicht hin. Ah, ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Ich komme, ich komme, ich komme. Mann, die Schweinehunde haben mir die Kiste angeschossen. Scheiße, unsere zwei Portik. Nein, jetzt werde ich gerade... Nein, ich brauche Hilfe. Ich komme, ich komme, ich komme. Alle sind gerade gefangen genommen. Scheiße. Danke. Auf mir, auf mir, auf mir. Hinter dir. Ich bin tot. Assessine. Oh Gott, Gift. Was ist denn hier los? Unsere Kollegen sind vollständig tot. Ja. Ich glaube, wir sollten hier aufhören, nur so rumzuspielen und jetzt mal anständig machen. Und eben das letzte blöde Fass da holen. Ja, ich bin ja schon beim Fass. Ich war ja schon... Oh oh, der nächste Schwarm. Komm zu mir, bitte. Können wir bitte... Die haben schon wieder alles angeritzt, die Schweinewacken. Oha, Gift-Typ. Uah. Hallo. Du bist ja aufentscheidend. Ich habe das Fass. Oh, hier ist einer mit einer Railgun. Oh, wei, 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 wei. Haut ab. Alter. Komm. Komm hier hinterher jetzt. Los. Hast du das Fass? Ja. Vorsicht, lauf, lauf. Ich halte dich. Ich halte sie auf. Wir haben es angeritzt. Ich halte sie auf. Dann hörst du mir zu, ne? Oha, Railgun. Gift. Ich stecke. Fuck, ich muss hier weg. Hast du? Der hat mir das angeritzt. Wenn du angegriffen wirst, du den Fass geht es in Luft. Okay, ich hole jetzt mal gerade hier einen unserer Leute. Das kann so nicht weitergehen. Ich hole den anderen. Oh, der ist. Es kommen schon wieder welche anderen. Ich brauche Munition. Blöden Scheißviecher. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Mann. Kackratten hier. Kackratten hier. Ah, ich habe sie gefunden. Munition und Heiltrank. So, ich habe das Fass. Und Munition. Also, wenn mir was entgegenkommt, dann schieße ich das einfach weg, ey. Blöden Pissviecher. Entkommen mit Olesseis Schiff. Okay, easy. Eigentlich voll einfach, aber dadurch, dass auf einmal die ganzen blöden Viecher kamen, dann doch etwas erschwert auf einmal. Ich sage es, naja, ich sage es ist schwer, aber ätzend. Ich sage es ist schwer, aber ätzend. Ich sage es ist schwer, aber ätzend. Ich sagte ätzend. Ich habe keinen Würfel gefunden. Ich habe trotzdem Würfel. Ja, ja klar, aber du siehst ja links diese Tabelle, wie hoch die Erfolgschancen sind. Wow. Jetzt habe ich eine Axt bekommen. Eine weiße Axt. Du auch? Du erhältst gerechtes Beil. Nee, ich habe einen Start bekommen. Aber auch weiß? Hm. Ja. Nächste? Ja, klar. Die höre ich natürlich in der nächsten Folge. Ah ja, genau, wir verabschieden uns dann also aus dieser Folge mit, äh, 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 wie hieß das jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Schießpulver. Oder so? Ja. Ja. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder mit einer weiteren Runde Warhammer End Times Vermintide. Yeah. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.